Wir sind tief im September und es ist immer noch Sommer. Zumindest in Unterhaching. Also Haching rot-blau, Saarbrücken ganz. Jetzt Otto. Ja, nicht ohne. Gibt Eckstoß. Klasse. Gratmacher ist ein feiner, feiner Fußballer. Wunderbar. Und das blaue T-Shirt fällt und hält. Schön hoch. Gratmacher. Und der ist gut. Und das ist nicht das Tor von Scalatidis. Aber die beste Chance in der 30. Spielminute. Richtig. So, da ist diese Chance von Scalatidis. Und das blaue Trikot hinten hält. Der Torwart ist weit von dem Tor. Rizzotto kann er heben. Kriegt den Heber aber nicht hin. Aber wieder mal eine Möglichkeit in diesem Spiel. Sechs Minuten. Das könnte ja auch eine Position sein, bei der du mal die Direktvariante probieren kannst. Das sieht mir auch so aus. Und der ist nicht schlecht. Aber den fängt er trotzdem locker und entspannt. Der Mann in blau da hinten. Jetzt hat der Goalketter die Chance. Und die ist nicht ohne. Kai Brünker. In der Nachspielzeit. Gute Annahme. Und dann guckt er. Und dann zieht er durch. Rizzotto. Der kommt. Der kommt. Richtig da. Rizzotto mit der Flanke. Vielleicht die größte Chance in diesem Spiel. Weil da doch werden wir wahrscheinlich einen emotionalen zweiten Durchgang hier erleben. Kurz nach halb neun. Den unter Hachingen. Saarbrücken. Zugast 0-0. Nach der ersten Halbzeit unter Hachingen. Rot und Blau. Saarbrücken. Da alles sammeln, um weiter machen zu können. Rekt sich da rein. Guter Abschlussversuch von Gauss. Kein Reißer, aber immerhin aufs Tor. Günter Schmitz. Günter Schmitz. Ball im Mittelfeld. Und das Spiel ist jetzt zu Ende. Es ist ein 0-0. Alle Spiele live. Nur beim Agenta Sport.